So Freunde, wir sind im Privatschild nach London geflogen. Champions League Finale heute. Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt. Ich bin kein Dortmund-Fan. Aber trotzdem, für Deutschland, dass es eine deutsche Mannschaft gewinnt ist. Und für Marius natürlich. Ganz klar. Auf geht's! Zum Wohle sagt der Frohle. Jetzt ist alles hier vorbei. Während Kriegen kein Alkohol. Hey, kann ich gehen? Ich bin schon bei Alkohol. 10. Gib dir 10. Potenziales neues Auto, oder was ist da los? Wenn man im besten Autohaus hier in der Rhein-Main-Rück-Metropole ist, dann bekommt man auch so ein Auto mal als Leihauto. Audi-Zentrum Bad Tombow gewusst. Beste Verkäuferin Frau Sirin. Wir starten mit dem Training hier im Crossfit. Und morgen geht's zum Champions League Finale nach London. Da freue ich mich richtig drauf. Noch nie beim Champions League Finale gewesen. Das erste Mal Premiere. So, heute nicht Frau Weber. Heute unser Special Trainingspartner. Wir bereiten uns ja auf High Rocks vor, weil wir das ja als Mixed Double Team machen wollen. Das heißt, sehr, sehr viel Ausdauer ist heute am Start. Plus Volumen. Also wir werden trotzdem versuchen, die ganzen Übungen, die wir machen, mehr davon zu machen, als eigentlich gefordert ist, damit wir da halt topfit vorbereitet sind. Wir arbeiten 45 Minuten durch. So viele Runden wie möglich. Many Rounds as possible. Ja, ist so. As many Rounds as possible. Yes, many Rounds. Ja, es ist am RIP. Gell. Wir haben hier oben mit den Kilometern, ja? Deine letzten Worte? Bye, bye. Heute war krass. Ich kann es ja nicht einschätzen, ob es gut ist oder nicht gut. Das ist gut, aber wir haben auch noch 35 Minuten, ne? Wir haben es runtersklariert. Wird schon 35. Das tut. Wirklich. Same, same. Das sieht eigentlich okay aus. Ja. Aber das ist schon total. Vielen Dank. Ich danke dir. Und jetzt geht es ab nach London. Noch nicht ganz. Und jetzt geht es erst mal direkt zum Jamshake. Das muss erst mal danach sein. Isoclear, vielleicht ist noch dein Lieblingsverschmack mitgebracht. Sehr Dank. Und Kreatin. Unser Jamshake. Gerade im Moment läuft 20% auf alles bei ISM. Proteine wichtig nach dem Training für Muskelerhalt, Muskelaufbau. Aber das Wichtigste für mich persönlich ist die Regeneration. Das alles gibt es gerade mit dem Code JAM. 20% auf alles. Let's go, baby. Hier ist der Manager, die soll die Schranke aufmachen. Sonst dreh ich komplett durch. Was machst du da? Zum VIP-Terminal. Wir müssen zum VIP-Terminal. Tommi, was geht ab? Was machen wir heute? Das weiß ich, was wir machen. Ich bin auch voll von gestern. Du lammest mich voll, was wir machen. Deutschland den Deutschen. Ja, das letzte Mal, als der Tommi in London feiern war, hat er eine Rechnung gehabt von 60.000 Pounds. Willst du, was du dem Armen sagen, Tommi? Ich sag gar nichts mehr. Ist in Vergessenheit geraten. Wie ging das früher? Äste, wie alt? Kurva, wer hat hier Hosen bestellt? Müll-Staff-Rund? Okay. Wieder auf. Wieder auf. Rotlicht-Erotik. Alles akzeptieren. Die kommt mit. So, jetzt geht's ab nach London. Champions-Finale. Geiles Wetter. Hoffen wir, dass Dortmund heute gewinnt. Wir sind ja patriotisch für die deutsche Mannschaft. Da ist eine ganze Kiste Bier hinterm Sitz. Zum Wohle sagt der Pole. Trost. Magst du auch einen trinken? Captain. Ja. Beim Starten die Flaps auf drei. Und dann geht's los, ne? Ja. Wir machen sogar acht. Echt? Ja. Gut. Wollen wir steil gehen. Geht los, Alter. Grüß mit Anstand dahin. Nein, nein. Hey, hey. Kann man rauchen? Ja, ja. Alter, wie voll ich bin. Ich hab noch nicht mal fünf Minuten geschlafen seit gestern. Ohne Spaß. Gib mal den Öffner. Ich meinte mich an, guck mal. Ja, wir brauchen überall. Jetzt ist alles hier vorbei. Da merkt man wieder, Alkohol ist nicht für jeden was. Das war Fetis. Am Ende stützen wir noch zwei Vollidioten hier ab, Alter. Ja. Können wir kurz am McDrive dann kurz hiken? Ja. Ja, danke. 22 Euro von den Christian, vom Tommi und 20 Euro von dir. Soll ich fliegen? Soll ich fliegen? Du weißt, ich kann fliegen, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir haben fliegen keinen Alkohol. Jetzt wisst du, was wir uns produzieren. Wir fliegen private jets. Wir fliegen gerade. Wir fliegen gerade. Wir sind im Flugzeug. Hey, ist schon mal jemand mit der Drohne im Flugzeug geflogen? Geht die Andi? Ja. Ja. Alter, hör auf, Mann, mit der Scheiße. Hör doch nicht auf den, der ist doch komplett verknüge. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Nee, Mann, ich kann nicht mehr. Es ist okay. Ich muss zum Toilet gehen, bitte. Ja, bitte. Gib mir zwei Sekunden. Ja, bitte. So schnell bin ich noch nie nach London geflogen, du. Wirklich. Was sagst du dazu, wie Tommi das Flugzeug hier gelandet ist? Samt, oder? Ja, Tommi kann doch fliegen. Da habe ich mir keine Sorgen drum gemacht. Bitte, bitte. Bleib sehr schnell. Wir möchten die Örtlichkeiten aufsuchen. Wenn du so einen Flieger machst, ne? Das ist vorbei. Aber weißt du, dass das Problem ist, dass der Flieger mehr Unterhaltung kostet im Jahr, wie er wert ist. Ja, Tommi. Ja? Ja. Hey, kann ich hier gehen? Du bist ein Lehrer, du. Verstehst du? Ich muss in die Toilette gehen, wirklich. Ich pisse das Flugzeug jetzt an. Ja. Wow, ich kann nicht mehr, wirklich. Nein, nein, nein. Komm, komm. Hast du das wieder gesehen? Ja. Ich musste ganze Dings Fluglotsen und was weiß ich nicht. Alles schmieren wieder, dass wir pissen können an den Flugzeugen. Guck mal hier. Oh, guck mal, die Sonne geht auf. Hey, volles Becker! Team-Time ist vorbei. Fußball beginnt. Das hier aussieht, Alter. Das kann ja nichts werden. Oh ja, ist doch ganz schön. Komm, komm rein. Flugtour. Kann man lassen, oder? Für eine Nacht. Kann man, oder? Bett, Spiegel, Fernseher, Minibar. Scheißhaus. Ist okay. Alles, was man braucht. Ja, kann man lassen. Gameplay für heute. Wir gehen jetzt ins Stadion, gehen in den Pub, trinken ein paar Bier. Ich muss sagen, weil es ja eine deutsche Mannschaft ist. Ich hoffe, dass Dortmund heute gewinnt für den deutschen Fußball. Ganz einfach. Tommi, wie ist die Lage? Okay. Ich fühl mich gut. Ich bin ausgeschlafen. Hol mal den Eckerling her, dann zeig ich dir, wie es geht. Ist das dein Ernst, Alter? Hey, sag mal, wo? Ja, natürlich. Ich bin Fußball-Fan, Mann. Mit deiner Götis, Alter. Ja, so. Ich hab meinen Bauchungsgarten noch nie gehabt. Stimmt, Chef. Sehr, sehr spannendes Spiel. Ich bin sehr aufgeregt, dass der Dortmund spielt. Wieder mal im Champions-League-Finale seit 2013. Wieder mal. Wieder mal ist das, ja. Und ja, der Gegner Jammert ist natürlich sehr stark. Aber wir hoffen auf einen Sieg. Ich bin schon beeindruckt, muss ich sagen. Geil. Gut, was ist los? Wie haben wir heute auf ein Rollfeld gepisst? Das war brutal. Endlich gibt's wieder Alkohol und kein Alkoholpreisbieren. So, wie hast du es gehört? In jedem Stadion Essenstest, oder? Ich dachte, das kann man schon vorher sagen, dass es nur Minus Eins gibt. 1 bis 10? Null, Alter. Gibt gar nichts. Geiles Stadion. 90.000. Brutal. Ich bin froh, dass ich mitgekommen bin. Dass ich das hier miterleben kann. Das ist schon geil. Wirklich. Wolltest du eigentlich zu Hause bleiben, gell? Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben. Aber einer muss ja Pilot spielen, ne? Guck mal, verstehst du? Und jetzt nimm mal vorne auf, bevor ich komplett durchdrehe. Bewertest du so? 10. Gibt eine 10. Ist geil. War noch nie beim Stittensiegfinale. Oral. Geile spiele. Normalerweise müssen wir Minimum 1-0 vorne liegen. Fazit, erste Halbzeit. Geiles Spiel. Dortmund hat mehr Chancen gehabt. Geile erste Halbzeit. Geile Stimmung, muss man sagen. 90.000 im Stadion. Geil, Alter. Wie meinst du, willst du in der zweiten Halbzeit weitergehen? Ich hoffe so. Und da ist ein Tor machen. Und das Ding gewinnen. Ich bin Frankfurt, aber heute bin ich für Dortmund. Ich sage es ehrlich. Das Spiel ist zu Ende. Haben leider verloren. Aber klar, Fußball ist immer so. Machst deine Chancen nicht, dann bist du bestraft. Leider haben sie verloren. Sonst allgemein zur Stimmung zum Stadion. Geiles Finale. Gutes Spiel. Und das ist die Hauptsache, dass wir ein gutes Spiel mitgebracht bekommen haben. Leider nicht so ausgegangen. Für Dortmund ist es wie gewünscht. Wäre der Marius im Spiel, wäre das auch nicht passiert. Schön gegessen. Jetzt gehen wir noch auf die After-Show-Party, was weiß ich, was es wird. Ich guck mal. Ich guck mal.